Wer in den nächsten Monaten im Bregenzer Wald Richtung Bezau unterwegs ist, wird mitunter eine andere Strecke wählen müssen als gewohnt. Grund dafür ist eine Totalsperre zwischen Unterdorf und Wilbinger Richtung Bezau. Hier werden nämlich Bauarbeiten am Dorfbach durchgeführt. Dies wird voraussichtlich vom 1. Februar bis Ostern 2022 andauern. Auch die Bushaltestellen im Bereich können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Die Benützer der Bushaltestellen Bayern, Wilbinger, Unterdorf, Gemeindeamt und Kloster werden gebeten, auf die Bushaltestelle beim Busbahnhof Bezau auszuweichen. Die Totalsperre kann mit dem Auto gut umfahren werden. Es muss einfach die andere Strecke genutzt werden. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es die Möglichkeit, hier trotzdem zu passieren. Und zwar wird eine provisorische Schüttung errichtet. Die Querung des Baches ist mittels einer Überplattung möglich, aber wie gesagt nur für Fußgänger und Radfahrer. Bis April 2021 sollen die Arbeiten fertiggestellt sein. Dann wird die Vollsperre auch aufgehoben.